Ja Leute, es ist soweit. Ich möchte einfach nur vielen, vielen, vielen Dank sagen für über 1000 Abonnenten. Und wir wollen nicht lange rumschweifen. Jetzt geht's los mit dem Gewinnspiel. Ja, diese iTunes-Karte hier könnt ihr gewinnen, indem ihr in den Kommentaren einen Tipp reinschreibt. Und welchen Tipp? Zum Spiel FC Bayern München gegen den Hamburger SV. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr glaubt, wie sie spielen. Nein, derjenige, der am nächsten dran ist oder das Ergebnis sogar richtig hat, gewinnt diese iTunes-Karte. Aber nur einer von euch kann diese iTunes-Karte gewinnen. Dazu jetzt mehr. Viel Spaß. Ja, einer von euch da draußen kann eine 15 Euro iTunes-Karte gewinnen. Wie das geht, sage ich euch jetzt. Und zwar läuft es so ab. Wenn mehrere von euch gleichwertig liegen, dann wird die iTunes-Karte per Losverfahren ausgelost. Weil nur einer von euch kann gewinnen. Heißt, wenn jetzt meinetwegen 5 von euch richtig liegen, dann wird von den 5 einer gelost und der bekommt dann die iTunes-Karte. Der ganze Weg wird nochmal in der Videobeschreibung erklärt. Dann viel Glück bei dem Gewinnspiel. Tschüss und ciao zu 84 Let's Plays. Untertitelung.